Da möchte wohl jemand nicht, dass wir hier sind. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich war bis jetzt überall willkommen. Ob das das Monster ist, nach dem wir suchen? Darko, Laura, können wir vielleicht den Vampir-Handschlag nochmal machen? Jetzt sofort? Ja, vertrau mir. Nur Vampire kennen diesen Handschlag. Wieso kennst du ihn denn, bitteschön? Weil eine meiner besten Monster-Freundinnen ein Vampir ist. Moment, du bist die Freundin eines Werwolves? Das ist doch nicht möglich. Naja, an der Monster High ist das schon möglich. Monster High? Ja, stell dir einfach einen Ort vor, an dem die verschiedensten Arten von Monstern zusammenwohnen. Jeder ist an der Monster High willkommen. Und im Monster-Schüler-Café haben wir einen gruftig guten Taco-Dienstag. Ich verstecke mich hier schon seit so vielen Jahren und bin so einsam. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber die Monster High klingt nach einem Ort, den ich unheimlich gerne aufsuchen würde. Es tut mir wirklich leid wegen der Falltüren. Ah, keine Sorge, kein Ding. Nun denn, Monster, mein Name ist Fangelica und ich freue mich mordsmäßig auf die Monster High. Monster High! Extra Monstrum! Kommt her! Garantiert euch euer Monster-Team!